Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, Leute, es ist Nikolaus! Muss ich mal gucken, was der Nikolaus mir in den Schuh gepackt hat. So, dann gucken wir doch mal und dann... Oh, war das falsche Schuh, Moment, hier haben wir doch noch einen. So, und dann gucken wir mal ganz schnell, da hat der Nikolaus mir wohl ein Briefchen geschrieben. Das ist doch nett. Oh, ich zitiere. Sehr geehrter Franz, hier ist dein Nikolaus. Zum heutigen Nikolaustag schicke ich dir die Hitbox-Partnerschaft. Oh, Leute, die Hitbox-Partnerschaft, das ist ja unglaublich. Das heißt, endlich können die Leute, die ständig irgendwelche Lacks hatten bei meinen Livestreams, die Qualität unterstellen. Und dann haben sie keinen Lacks mehr und können meine Streams plötzlich gucken. Oh mein Gott, also, zur Feier des Tages um 19 Uhr bin ich live auf Hitbox.tv. Auf Slash, Franz Zock, wir spielen WWE 2Kid16. Meine Karriere, vier Folgen nehmen wir weiterhin auf. Und anschließend dann direkt Hashtag Blattmalarm. Und da tut er Spaß, oh mein Gott, danke lieber Nikolaus, danke lieber Nikolaus. Und sagt auch danke lieber Nikolaus in die Kommentare das Ganze. Und seid dabei auf hitbox.tv.au slash Franz Zock. Bis nachher.